Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zappo Plays Resetia. In der letzten Episode haben wir den Rattenmann besiegt, das heißt eher in der vorletzten Episode. Und in der letzten Episode haben wir unseren Gegner kennengelernt, unsere Gegenspielerin, um genauer zu sein. Und in dieser Episode will ich eigentlich gleich nochmal in den Tempel gehen. Das will ich da nicht hinstellen. Also ich will gleich nochmal in den Dungeon gehen, nicht in den Tempel. Und nochmal da reingehen und zwar mal schauen, was dann nach dem Rattenmann noch so alles kommt. So, ich werde gleich in die Adventurer-Gilde gehen. Und wieder mit dem Louis. Und ich werde dem Louis hier ein bisschen was zu essen einpacken. Und zwar, hm, was wollen wir denn? So, wir können ja auch nachschauen. Moment. Ja. Ich will erstmal... Ja, ja, ich drücke immer den falschen Knopf, warum weiß ich nicht. Also gut. Ich will erstmal schauen, was bringt uns das Ding. Können wir nicht sehen oder was? Doch, können wir sehen. Okay, Candy recovered also keine HP. Das ist, was ich wissen wollte. Das ist Recovered. Auch nur SP. Auch nur SP. SP. Gibt es ja nichts, das HP. Doch, das hier. Also nehmen wir Egg Toast mit. Mehr Egg Toast. Nochmal Egg Toast. Und der ganze Rest, den ich da habe, ähm, der lädt nur meine SP wieder auf. Die brauche ich dafür, meine Spezial-Schwert-Attacke zu machen. So, das habe ich jetzt alles dabei und wir können los. Ich gehe wieder in den Jade-Dings. Und ich habe mir erst überlegt, ob ich nicht hier weitermachen sollte bei 6 bis 10 und einfach von dort aus weitermachen. Aber, ich werde mutig sein und ich werde gleich hier bei 11 weitergehen. Und... Auf die... Der Gegner ist neu. Fledermaus-Tuch ist neu. Oder soll es überhaupt eine Fledermaus sein? Pilz? Pilz ist tot. Die Fledermaus sah bedrohlich aus. So, du bekommst auf die Mütze. So. Steine. Von oben. Haben mich aber nicht getroffen. Du musst leider sterben, Schleim. Stirb. Stirb. So, nach da unten. Und dann... Hm. Nein, will ich noch nicht. Ich will erst erkunden. Psychokarate gibt es hier auch noch. Ähm, auf die Mütze. So, da ist irgendein Schwertding drin. Ein Dagger ist es nämlich. Also ein Dolch. Fledermaus. Oh, die kann so Kringel schießen. Das sieht bedrohlich aus. Oh. Ich glaube, dieser Kringel sollte mich nicht treffen. Autsch. Und der Pilz kann jetzt auch springen. Da ist nochmal so ein Amulett drin. Das war aber nicht so teuer. Halt, Hase. Auf die Nase. So, du bist tot. Du bist auch tot. Gibt es hier noch irgendwas? Also ich laufe erstmal nach rechts und schaue mich mal so ein bisschen um. Das sieht doch aus wie eine Falle. Aber es ist nur hier so Eis. Eis ist okay. Ach. Ein Ritter. Was zum... Was zum Geier. Ich werde erstmal flüchten kurz. Und hoffe, dass dieses... Ah. Das war groß. Und wieder dieser Typ hier. Der schmeißt diesmal ein Messer. Sehe ich das richtig? War das ein Messer, was er da auf uns geworfen hat? Kann dieses Eis mal bitte aufhören? So. Zeig mal. Hast du ein Messer geworfen? Ne. Der chargert wieder auf uns zu. Ja. Hat aber dann keine Chance. Und ich habe auch gerade bemerkt, dass ich diese Gegner berühren kann. So wie es aussieht. Und sie mir keinen Schaden machen. So. Ritter. Was machst du? Hm. Ich glaube, du machst böse Sachen. So. Der hat es geblockt. Ah. Wir müssen ihn wohl von hinten angreifen. Oder wir müssen counterattacken. Ja. Er blockt unsere Attacken da die ganze Zeit. Hm. Also Ritter mag ich nicht. Oh. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Ritter blocken unsere Attacken. Oh. Da kommt ein Level ab. Das habe ich auch überhaupt nicht beachtet. Ich muss mal zugeben, dass ich gerade wenig konzentriert spiele. Ich muss mich mal ein bisschen mehr hier drauf konzentrieren. So. Oh. Oh. Hase. Deine letzten Stunden sind... Zell. Pilz. Und Hase. Ja. Auf die Nase. Stirb. So. Wir wollen natürlich weiter gehen. Hier haben wir ja alles erkundet. Ach ja. Das war nicht nett von dir, Fledermaus. Dafür musst du jetzt leider sterben. So. Und wir gehen natürlich jetzt nach unten. Hier haben wir ja alles abgeräumt, was es so gab. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ein Schleimball. Und noch ein Schleimball. Und die Steine haben mich voll getroffen. Die machen mittlerweile sieben Schaden. Das ist eigentlich eine ganze Menge. Ja. Autsch. Oh Mann. Dieser kleine Pilz, der da so hüpft, der ist ziemlich fies. Vielleicht bin ich auch nur zu dämlich, ihn zu dodgen. Aber dich hätte ich fast nicht gesehen. Ich muss mich echt mal ein bisschen mehr konzentrieren. Und ich muss auch mal nicht in jede Falle laufen. So. Nach oben will ich als erstes. Da ist natürlich noch ein Weg nach rechts. Du hast nicht getroffen. Jetzt bist du leider tot. So. Da ist ein Bogen drin. Und zwar ein langer Bogen. Ein langer Bogen. Du bist tot. Du bist nicht tot. Aber jetzt bist du tot. Ich glaube, wir haben schon relativ gute Items auch bekommen. Also zumindest welche, mit denen ich auch was anfangen kann. Und keine Ingredients. Das gefällt mir ganz gut. Und nochmal ein Nussmix. Ich will mal ganz kurz gucken, was denn der Nussmix kann. Ah, das kann man auch einfach essen. Und das gibt uns dann Leben zurück. Gut zu wissen. So. Pilz und grüner Schleim. Du bist tot. Du bist auch tot. Also eigentlich ist es momentan nicht so schwer. Aber das... Man sollte sich trotzdem nicht dumm anstellen, sag ich mal. Und ich habe einen Ledermausflügel bekommen. Und da war wieder die Falle drin. Ich werde jetzt einfach mal hier in der Ecke warten, wie ein Feigling, bis das weggeht. Das mache ich nämlich gar nicht. So rumzurutschen. So. Du-du-du-du-du-du. Geh mal bitte weg, Eis. Ach, ich kann schon mal so langsam... Treffer, Treffer, tot. Hm. Oh, Bombe. Vielleicht können wir ja da den Ritter reinlocken. Naja. Ne. Okay, das Eis ist wieder weg. Der hat geblockt. Counter-Attacke. Tot. Du bist auch tot. Wir machen mittlerweile auch schon relativ viel Schaden. Diese Gegner, davor müssten wir die dreimal hitten, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben sogar ein höheres Level. Das heißt, wir machen richtig gut Schaden gegen die mittlerweile. Ah, da geht's schon runter. Ich würde aber ganz gerne nochmal nach unten gucken. Da haben wir noch ein großes Teil der Karte noch nicht aufgedeckt gehabt. Und deswegen schauen wir also auch noch nach unten. Hier ist wieder Psycho-Karotte und Hase, Psycho-Karotte, Hase, Psycho-Karotte, Hase, tot. Und wir sind schon fast Level 14. Ich weiß auch gar nicht, ob man den endlos weit leveln kann. Sein Abenteurer. Und ob man den auch wirklich equippen sollte. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich ihm Gegenstände in sein Inventar ziehen. Und die zieht er dann an und die kann er auch nicht verlieren oder sowas. Oder irgendwie so. Also ich weiß nicht, wie es wirklich funktioniert. Oder funktionieren soll. Aber ich denke, dass wir ihm Gegenstände in sein Inventar packen können und die zieht er dann an. Und naja. Dann ist er halt stärker. Muss ich mir nochmal genau anschauen, wie das funktioniert. So, Flur 13 oder Level 13. Aua, die machen schon ordentlich Schaden jetzt. Autsch. Boah, das hat wehgetan. Das hat uns 10 Schaden gemacht. Das ist nicht gut. Ah, der wirft einen Stein auf uns. Hallo? Das ist aber nicht nett, mit Steinen zu werfen. Hat man dir daheim keine Manieren beigebracht? Falle? Falle? Was für eine Falle? Jetzt hat mich nur paralysiert. Interessant, dass diese Falle, die einen nur so für eine kurze Zeit Stunt, die hat eigentlich überhaupt keinen Effekt, da ich ja eh immer alle Gegner eigentlich töte, bevor ich so eine Kiste aufmache. Außer, wenn ich die Kiste aus Versehen öffne. Da man ja... Ah, okay. Jetzt habe ich auch zumindest, glaube ich, verstanden, wie das funktionieren soll. Da erscheinen schwarze Punkte auf dem Boden. Ich habe immer versucht, die Steine zu dodgen. Wahrscheinlich muss man einfach nur da sein, wo kein schwarzer Punkt auf dem Boden ist. Denke ich mir zumindest gerade. So, ich will jetzt mal bitte leveln eben, damit ich keinen Gegenstand essen muss. Wenn ich nämlich unter 20 Leben falle, dann würde ich gerne was essen, dass ich nicht sterbe. So, das nehmen wir erst mal mit. Okay. Jetzt muss ich irgendwas essen, und zwar... Hm. Ich esse ein Eiertoast. Das sollte er reichen bis zum Level. Koizu! Uah! Oh, Mann. Das ist aber... Schrimp-Dori, ja, was zum... Keine Ahnung. Okay. Ein Gegner noch, und dann level ich hoffentlich. Gib mir das Level! Ja, levelt. So. Ich weiß auch gar nicht, ob man dem Abenteurer hier einen Boden geben könnte, und einfach die Gegner alle von Weitem töten. Ich hab grad von irgendwas vier Leben zurückbekommen. Ich weiß aber nicht, warum. Hallo, Bombe. Ja, ich bleib einfach mal hier stehen. Ich hätte auch einfach weitergehen können. Die Range der Bombe ist so klein, dass das... dass man davon überhaupt nicht getroffen werden kann. Ah, hallo, Ritter. So, du bist tot. So, was haben wir noch nicht erkundet? Da rechts. Augen, Mann. Ach so, die Gegner heilen sich, wenn sie mich treffen. Nicht ich hab mich geheilt, sondern die Gegner sich an mir scheinbar. Jetzt versteh ich auch deine Attacke. Die Fledermaus, da muss ich echt aufpassen, dass die mich nicht mit ihrer Attacke trifft, weil die sehr viel Schaden macht. Ich glaub, die hat zehn Schaden pro Hit gemacht. Hm. Du bist immer sehr unfreundlich zu mir, deswegen musst du leider sterben. Oh, ein Windbreaker ist das, glaub ich, hier. Und weiter nach rechts. Da hab ich schon den Pilz gesehen. Und da ist eine Falle. Mit blauen Schleims. Auf Level 9. Ja, kommt mal hier so ein bisschen, genau. Kommt mal hier so ein bisschen nach unten, dann kann ich euch schön einzeln töten. Du musst mich nicht so sehr in Gefahr begeben. Hör, 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 ja, ja, stirb. Ah, verdammt, du sollst sterben, hab ich gesagt. Stirb. Du sollst auch sterben, wo bist du? Da bist du. Tot. So. Ja, Level 15 werde ich wahrscheinlich noch werden. Also nicht auf diesem Flur hier, aber wahrscheinlich auf dem nächsten. Während dieser Erkundungstour, wenn ich nicht sterben sollte. Aber ich hab sehr viel zu essen dabei. Also ich kann ja auch immer hier Pause machen. Deshalb sollte ich nicht sterben. Das wäre schon extrem bitter, wenn ich jetzt nicht... Es sei denn, der Boss ist irgendwie super schwer. Und man muss wissen, was man da macht. Da könnte vielleicht ein Boss sterben, aber hier im normalen Level sollte ich nicht sterben. Das wäre schon ein ziemlicher Fail. So. Roter Schleim. Hallo, du rennst auf mich zu, oder? Yep. Hm. Ich kann immer noch nicht unterscheiden. Ich rate einfach immer drauf los, was die machen. Und manchmal hab ich recht damit. Und dann denken alle, ich weiß, welcher der von denen ist. So. Du bist jetzt tot. Und du bist auch tot. Und wir schauen dann nach unten. Die Gegner respawnen, aber auch sehr schnell. Fliegbiene, äh, Stirbbiene, nicht Fliegbiene. So, was ist da nochmal? Ein Schwert. Ein Craftersknife. Die waren, glaube ich, richtig teuer. Muss ich gerade nochmal schauen. Das interessiert mich jetzt gerade. Yep. 1400. Das ist schon mal... schon mal sehr nett. Wirfst du hier Steine auf mich? Das finde ich aber nicht nett. Es ist völlig unverschämt von ihm, immer Steine nach mir zu werfen. Da ist vielleicht wieder eine Falle in der Ecke. Vielleicht können auch manchmal Gegenstände aus der Ecke kommen. Ich weiß es nicht. Ah, ich werde noch hier ihn vermöbeln. Ah, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, noch hier auf dieser Ebene zu leveln oder ob man sich das Leveln für die nächste Ebene aufheben sollte. Aber ich werde einfach mal runtergehen. Ist ja noch nicht Boss-Time, sondern ist ja erst hier noch diese Plattform-Stage. So, was haben wir hier? Eine Bombe. Die Bomben sind ja eigentlich völlig nutzlos. Die treffen wir eigentlich eh nie. Der Ritter ist eigentlich auch ziemlich nutzlos. Autsch. Außer, wenn er mich dann direkt danach trifft, nachdem ich es gesagt habe. Aber der läuft irgendwie immer in die falsche Richtung. Und gar nicht zu einem hin. So, hallo Psycho-Karotte. Hallo beide Psycho-Karotten. Und ich kann...